Aber die endgültige Entscheidung gibt es nicht mehr, die ist aufgehoben, das ist ja der Knackpunkt. Der Brief hat ja diese Entscheidung jetzt aufgehoben, die endgültige. Wir haben es letzte Woche endgültig entschieden, das ist meine Meinung. Nein, wir haben... Das ist meine Meinung. Wir haben... Das hat endgültig entschieden, weil wir dachten, es muss endgültig sein. Wir haben es ja nicht freiwillig endgültig.